Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Es hat sich einiges getan in der Sammlung. Ein paar Filme, ein bisschen Toys und ein bisschen mehr hat sich angesammelt. Und das will ich euch jetzt zeigen. Und viel Spaß. Es ist schon verrückt, wenn man sammelt. Es kommt immer irgendwas hinzu. Und ja, von allem etwas habe ich hierbei, abgesehen von Computerspielen, das wird ein eigenes Video. Denn das ist einfach doch, ja, es macht den größten Teil der Sammlung aus, dass da immer wieder was hinzukommt. Ja, und Games habe ich sogar gesplittet. Wie gesagt, ein eigenes Video kommt. Und da habe ich Promos, die ich sammle, habe ich sogar auch von da gesplittet. Denn die werden exklusiv dann auf meiner neuen Instagram-Seite Games Promo Archive oder Archiv exklusiv gezeigt. Das habe ich unten in der Infobeschreibung verlinkt, diese neue Instagram-Seite. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ihr wollt wissen, was gibt es Neues in der Sammlung. Und ich habe wirklich tolle Sachen. Auch diesmal habe ich meine Transformers-Toys, die neu sind, weil es wirklich nicht viel ist, habe ich hier hinzugepackt. Es sind auch neuere Toys, deswegen macht es einfach nur Spaß, euch zu zeigen. Ich fange auch mit Lego an. Und diesmal, ja, keine Angst, es sind keine großen Teile. Es ist wirklich überschaubar geblieben. Mit Lego fange ich an. Und zwar hat mein Bruder sich gekauft, ja, mein Bruder, ich nicht, diese Mini-Lego-Figur. Es ist eine neue Serie, die es gibt. Und da hat er einfach mal eine Figur mitgenommen. Und da hat er diesen Mystery Detective, der den Red Herring hat, gefunden. Das ist sozusagen mit das Erste, was ich jetzt euch zeige. Dann hat er noch zwei kleine Lego-Sets gekauft. Marvel, Spider-Man, Venom, hier in diesem Set. Und auch wenn das zu Games mehr passt, aber es ist Lego von Sonic the Hedgehog, dieses Tierchen. Ja, kann man so sagen, das waren so die ersten Sachen, die da zugekommen sind. Ja, aus Lego. Deswegen keine großen Sets. Nö, kann ich wirklich nicht sagen. Dann, aber, da war es große Teile sind, bevor ich weiter mit Toys weitergehe, zwei Brettspiele hat mein Bruder erreicht, auch von Hasbro. Und zwar aus der Hero Quest-Reihe, es ist noch zielt, die Prozeichen von Tellor, das Abenteuerpack. Auch hier so mit so einem Holo, richtig cool. Auch hier seht ihr. Richtig schön. Dieses Pack hat er bestellt gehabt. Irgendwie hat er jetzt alle davon langsam. Denn das nächste Add-on ist hier die Horde der Ogre, das Abenteuerpack. Erweiterung des Basisspiels. Das ist aber jetzt normal, ist aber lanciert. Auch richtig schön. Es sind richtig schön geworden, die ganze Erweiterung. Und irgendwie hat das ja wieder einen Aufwind bekommen. Das alte Spiel von 2000er, was damals aufgelegt wurde. Eben halt von MB noch. Und jetzt mittlerweile von Hasbro nochmal. Und es boomt. Es interessieren sich viel mehr dafür. Und richtig cool sieht es aus. Von Hasbro Puls kamen aber dann noch mehr. Auch unter anderem die Transformers-Toys, die ich hatte. Und zwar einerseits hat er sich hier bestellt von G.I. Joe Scarlet. Das ist so diese größere Toyline. Also nicht 10 cm, sondern man kann so sagen fast doppelt. So 18 cm. Das ist so eine besondere Wiederauflage der klassischen Figuren. Eben halt im größeren Format. Gerade bei G.I. Joe irgendwie finden die Leute es cooler. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte sie gern kleiner. Aber mit sehr, sehr viel Zubehör. Und Scarlet ist ein Kultcharakter eben halt. Ein klassischer. Ja. Die gab es. Auch neu eben halt. Ja. Von Star Wars. Da war dann auch bestellt worden. Ein Django Fett. Das ist hier so. Das ist ein Papp. Ja. So cool. Und klassische Auflage oder Wiederauflage von den klassischen Kennert Indiana Jones Toys. Da gab es zwei Figuren für meine Sammlung. Marion Ravenwood. Die waren auch im Sale. Deswegen habe ich zugeschlagen. Ich glaube ich habe ein Zehner das Stück gekostet. Mal sehen. Kriege ich die oben hingestellt. Und Indiana Jones von Tempel des Todes. Das ist ganz simpel. Figuren. Aber irgendwie eben halt im Sale habe ich da zugegriffen. Auch richtig cool. Ja. Und dann gab es noch zwei weitere Toys. Das sind aber keine im Sale gewesen. Sondern Neuerscheinungen. Und zwar von Transformers. Aus der Legacy United Serie. Ein G1 Charakter. Ein klassischer Charakter. Neu interpretiert. Und zwar haben wir hier einmal Gears. Richtig cooler Charakter. Ich mag den Charakter. Ich mag aber nicht diese Boxen. Und ich hasse diese Boxen. Das sind für mich keine schönen Boxen. Die Artworks sind toll. Diese Boxen sind kacke. Sie sind offen. Und lassen sich nicht richtig vernünftig sammeln. Irgendwo. Man muss sie mal sich einzeln hinstellen. Irgendwo. Man kann nichts übereinander. Ich stelle sie mir gerne in Boxen hin. Das ist absolut nicht möglich. Hier hinten richtig coole Figur. Gefällt mir gut. Weil ich sammle sie Sealed. Bei mir bleiben sie geschlossen. Aber das ist einfach bescheuert. Genauso auch diese hier. Ist nur größer die Box. Ich finde sie toll. Der Charakter mega. Auch toll neu interpretiert. Dieser G1 Charakter. Eben halt von Sandstorm. Die Box durch diese komischen Formen. Richtig bescheuert. Man kann sie nicht zusammenstellen. Von hier das schöne Artwork. Aber eben halt. Der Triple Changer Sandstorm. Ich finde ihn großartig. Er ist toll getroffen. Auch richtig schön. Er ist hier als Roboter drin. Ihr könnt hier auf der Rückseite sehen. Er wird zum Buggy oder zum Rettungshubschrauber. Diesmal mit so einem Käfig sogar. Das war vorher früher nicht dabei. Und so in der Winde. Sieht mega aus. Und ich kann euch zeigen. Das ist der Original. Ich habe ihn sogar zweimal. Dreimal habe ich ihn. Ich habe ihn jetzt nur zweimal hier geholt. Und auch gebraucht. Einmal hier. So sieht der Rettungshubschrauber im Original. Von aus den 90ern. Von 85, 86, 87. Ich sag mal so 86, 87 erschienen aus. Richtig cool. Und das ist der Buggy gewesen. Richtig gut. Gefällt mir. Mega. Also das sind meine Originalfiguren. Die sind nachgekauft. Aber sind Original von damals. Ja. Das waren die Toys. Jetzt. Ja, was soll ich noch sagen. Also das sind wunderschöne Toys. Auch wenn die Verpackungen hier blöd sind. Weil man sie sieht. Man kann sie kaum richtig packen. Diese schrägen. Optisch cool. Sammlungstechnisch. Hui. Nicht meins. Nicht meins. Aber ich möchte nicht auspacken. Das ist so der Haken. Sonst hätte ich weniger Platz. Ja. Okay. Weiter geht's mit einer CD. Und zwar drei Fragezeichen. Ich hab die neueste Episode. Die Spur der Toten. Richtig spannende Folge. Es geht wieder um Clarissa Franklin. Und das ist sozusagen ein Bob-Abenteuer. Kann man fast schon sagen. Ja. Sehr, sehr spannend. Ob muss ein Erbe antreten. Und das Geheimnis lüften. Ja. Sehr, sehr spannend gemacht. Das macht eine richtig schöne Folge. Kann ich nicht anders sagen. Und dann gab's Mangas. Danach. Ich bin jetzt ein bisschen schnell. Hab ich das Gefühl. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Ja. Vier Mangas haben sich angesammelt über die Zeit. Einmal Band 8. Four Nights of the Apocalypse. Von Seven Deadly Sents. Dann hat sich angesammelt. One Piece. Band 106. Der Traum eines Genies. Da sind sie jetzt. Bei Dr. Vegapunk. Kaido ist ja besiegt. Auch hier eine Serie. Die ich sehr mag. Eden Zero 23. Vielleicht kommt es zum Ende langsam. Ich weiß nicht wie lange die Serie gedacht ist. Eben halt bevor er dann wieder eine neue Serie macht. Aber Eden Zero von Hiro Machima. Wenn ich richtig voll. Mag ich sehr gerne. Und eine Serie die ich auch lieb gewonnen habe. Weil sie richtig spannend und noch vielseitig ist. Und wahrscheinlich noch eine Menge kommen wird. Spy X Family. Band 11. Richtig gute Geschichte. Ich mag das. Und es ist eine richtig spannende Geschichte. Eben halt um die Familie Forger. Ob nun Anja, Yor oder Lloyd. Richtig spannend. Und ja. Da ist noch viel Potenzial. Ich bin gespannt wie es weitergeht. Der Kinofilm ist ja in den Kinos derzeit. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. In dem Zusammenhang kann ich euch das per Foto zeigen. Denn das habe ich jetzt hier nicht mitgenommen. Ich habe mir aus Japan das Special bestellt. Es gibt so ein Manga Special, was man im Kino bekommen hat. So ein bisschen Hintergrund über die Zeichnung. So ein paar Fakten. Ist natürlich japanisch. Aber das habe ich mir für ein... Ich habe glaube ich irgendwie viel Versand. Knapp 20 Euro bezahlt. Das zeige ich euch jetzt. Da sind ein paar Artworks drin. Und es ist halt ein schönes Cover. Ist zum Kinofilm. Passt wunderbar in die Reihe. Wird nie in Deutschland erscheinen. Gab mal bei Warp von One Piece diese Teile als Special. Ich glaube ich irgendwo bei einem Anime mit dabei. Damals zu den Kinofilmen. Ist ähnlich. Ja. Finde ich einfach cool. Ähnlich cool. Ein Held meiner Kindheit kann man auf eine Art sagen. Ist zurückgekehrt auf die Comicseiten. Ja. Und zwar die Rede ist von Gaston. Die Rückkehr eines Chaoten. Ich habe mir den neuesten Band. Der ist im Hardcover erschienen für 15 Euro. Sogar ganz günstig bei Carsten. Es fällt nicht auf. Frank Queen hatte ihn erfunden. Der Frank Queen ist ja leider verstorben. Irgendwann. Und es hat ein neuer Zeichner. The Love. Hat ihn neu zum Leben erweckt. Neue Gags. Einseitige Cartoon Geschichten. Beziehungsweise so ein bisschen am Ende. So eine längere Geschichte. Auch sehr gut getroffen. So wie er zuletzt eben halt bekannt war. Der Humor ist bodenständig geblieben. Man hat nicht gleich den Charakter modernisiert. Denn sowas wie Handy, was zu der Zeit als Frank Queen gezeichnet hat, nicht existierte, haben sie gar nicht erst eingebaut. Er stiftet wieder Unruhe im Carsten Verlag. Auch Fantasio und Spirou sind für einen kurzen Auftritt wieder da. Einfach nur lustig. Wunderbar gelungen. Ja. Ich finde der Humor ist sehr sehr ähnlich dem, was man kannte. Und ja. Das ist einfach eine tolle Weiterführung der Geschichte. Und ich bin sehr begeistert davon. Achso. Ich bin mal gespannt, ob ein 23. Band erscheint. Aber auf jeden Fall wunderbar und sehr sehr schön hier im Hardcover. Ja. Das war's schon an fast allem Stuff. Jetzt sind nur noch Filme dran. Und da fange ich gleich an mit Klassikern. Kann man so sagen. Ja. Klassiker. Ich habe mir einen Klassiker auf DVD gekauft. Den gibt es, glaube ich, auch nur auf DVD. Denn ich habe mit einem Kollegen zusammen mit dem lieben Stefan, der rosa-rote Panther geguckt. Die Peter Sellers Serie. Und uns ist in dieser Box, die ich besaß, aufgefallen, dass Teil 3 fehlte von 6. Die 5 Filme waren drauf. Ich dachte, das sind die Filme 1 bis 5. Aber waren's nicht. Es waren die Filme von bis 6. Aber Teil 3 fehlte. Und zwar der rosa-rote Panther kehrt zurück. Ja. Warum der auch einzeln auskoppelt war, weiß ich nicht. Vielleicht war es so wegen Studio und Rechten und sonst was. Ist auch nur eine DVD drin. Aber ein sehr sehr toller Film. Der Inspektor ohne Plan. Powerchen Panther. Auch ein Held meiner Kindheit. Nein, Held nicht ganz. Aber eine Erinnerung meiner Kindheit. Sehr sehr tolle Komödie. Kann ich euch nur empfehlen. Gab's nicht auf Blu-ray. Deswegen habe ich mir auf DVD das gekauft. Gut. Dann habe ich... Ja. Haben wir noch mehrere alte Filme für die Sammlung zugelegt. Aber auch ein Neuerer bei dem Stapel von Play on Pictures. Und ich fange einfach mal an. Aber mit einem Neuheit, die ich günstig gekauft habe, weil die Steelbook gerade günstig war. Und zwar Transformers Aufstieg der Bestien. Der letzte Transformers Film. Fand ich ein bisschen besser als die letzten von Michael Bay. Abgesehen vom Umschlag. Aber ihr könnt hier sehen. Ein wunderschönes Steelbook. Auch von innen. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich will es nicht rausnehmen. Das blende ich euch eher im Foto ein. Auch wunderbar gelungen. Dieses Steelbook gab es für 12 oder 13 Euro jetzt runtergesetzt bei Amazon. Den habe ich dann zugeschlagen. Der Film wird später ja bei 9,99 Euro landen. In einer normalen Edition. Aber als Steelbook fand ich das dann doch sehr sehr günstig. Und das habe ich dann im Sale mitgenommen. Ja, und jetzt sind wir nur noch, na nicht ganz, bei Play on Pictures. Ich habe drei Filme von Play on Pictures bekommen. Die haben die exklusiv rausgebracht. Die sind auch noch sealed. Deswegen kann ich euch da keine Unboxings zeigen. Einmal hier eine Edition von einem Film, einem chinesischen Film. Mein Bruder mag den Autor. Ich habe den ersten Teil auch gesehen. Den gibt es auf Netflix. Leider nur deutsch untertitelt. Nicht in deutscher Sprache, warum auch immer. Dieser zweite Teil ist deutsch synchronisiert. Es handelt sich um die The Wandering Earth. Also die wandernde Erde Zweig. Hier im Steelbook. Richtig schön. Das ist ein spannender Film. Die Erde, ja, muss das Sonnensystem verlassen. Haben riesige Antriebe auch gebaut auf der Oberfläche. Und damit fliegen sie durch den Weltraum. Ja, beim letzten Mal, im ersten Teil, mussten sie dem Jupiter ausweichen. Sonst wären sie zerstört worden. Ja, was uns hier erwartet. Ich bin mal gespannt. Ist nach einem Science-Fiction-Roman. Ein von den chinesischen Autoren. Richtig spannend. Richtig spannend. Ja, dann zwei Klassiker haben uns erreicht. Sind noch zielt. Einmal die Ultimate Edition von Van Damme Harte Ziele. In mehreren Fassungen, glaube ich. Im Directors Cut auch in HD und beziehungsweise auch in 4K drauf. Sehr viel Specials mit Bonusmaterial, wie gesagt. Aber noch zielt. Und ein Klassiker im Steelbook, der ist auch nur hier erschienen, von Steven Spielberg, also eine Steven Spielberg Produktion. Joe Dante, der unter anderem auch Gremlins und Small Souljuts gemacht hat, hat diesen Film inszeniert mit Dennis Quaid, Meg Ryan und Martin Short. Und zwar die Reise in sich. Richtig schöner Klassiker. Kann ich euch nur empfehlen. Eine Science-Fiction-Komödie. Dennis Quaid ist Pilot eines, nicht direkt Raumschiffs, eines, kann man schon sagen, eines Raumschiffs. Aber eine Miniatur wird geschrumpft und versehentlich dann in dem Martin Short Charakter in den Blutkreislauf gebracht. Und dann gibt es Probleme mit, ja eine ganze Menge Probleme. Und seine Freundin, ja, die will er natürlich nicht verlieren, also Meg Ryan. Also, ja, müssen die zusammenarbeiten. Richtig lustig, tolle Komödie. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und, ja, wirklich wunderbar. Gut, und dann beschließe ich fast das Ganze mit. Zwei weitere Filme, die sind auch noch sealed. Wurden lange gehypt. Es gibt auch Pro-Contra-Sachen, weil sie ein bisschen digital remastered wurden. Und das Rauschen wurde mit KI bereinigt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe die Filme in dieser Fassung noch nicht gesehen. Sind auf 4K, Ultra HD und auf Blu-Ray so erschienen. Eins in Blu-Ray gab es nicht. Klassiker, ein bisschen enttäuscht bin ich, weil, ja, zeige ich euch gleich nochmal, oder ziehe ich weiter, ohne sie jetzt ausgepackt zu haben. Hier sind sogar noch die Preise drauf, denn ich habe die zusammen bei Mediamarkt bestellt, mit meinem Bruder zusammen. Und die kamen dann mit Preisstecker drauf. Der Rhythmus ist dann halt so, haben auch 30 Euro und 35 Euro gekostet. Ja, sind groß gehypt worden und kommen eigentlich in ganz normaler Diskhülle raus. Also ganz normale Case, wie eine DVD im Endeffekt, eine Plastikhülle und, oder eine ganz normale Plastikhülle plus Pappschuber. Und dafür, dass sie so gehypt sind und jahrelang gewartet wurden, finde ich das sehr enttäuschend. Und zwar geht es einmal um True Lies, waren Lügen mit Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger. Und ihr seht, es ist nur ein Pappschuber und das ist enttäuschend. Und das Traurige ist auch, es gibt kein Wendecover und auf dem anderen Cover ist auch das USK-Logo drauf. Ja, sehr, sehr enttäuschend, gerade weil man sich an Sammler richtete und dann hat man so was praktiziert. Gut, Reviews gibt es von zig anderen. Der Film ist großartig, brauchen wir uns nicht unterhalten. Mega. Genauso wie The Abyss. Gleiche Sache, gleiche Kritiken. Ein Film, mega. Die DVD war leider auch schon auf neuen Geräten kaum noch sehensbar, weil die, ja, das war so wie ein 4 zu 3 Bild im Fernseher. Es war sehr klein, das konnte sich irgendwie nicht angleichen vom Format, weil eine andere Technik da für die damals auf der DVD verwendet wurden. Denn auf einem Röhrenfernseher war, hat er aufgesucht, aber nicht mehr auf dem Digitalfernseher. Ja, deswegen war das schwer guckbar auf einem, von der DVD her, wenn er im Fernsehen lief und so weiter. Ja, ja, klar, das sah anders aus. Ich glaube, auf Disney Plus sind die auch inzwischen, die Filme. Ja, und auch hier digital gelettet. Na, was soll ich sagen? Auf jeden Fall ein großartiger James Cameron-Klassiker. Wie gesagt, auch True Lies. Das sind so die letzten beiden Filme. Ja, großartige Filme, Ausführung. Na ja, was soll ich dazu sagen? Und ihr seht, der Tisch war voll. Eine mega Ausbeute. Alles klar, das soll es auch gewesen sein. Ich will gar nicht, ich habe schon zu viel geredet, glaube ich, viel zu viel gesagt. Und ich hoffe, da ist was dabei gewesen, was ihr gut fand. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ist euer Highlight. Für mich natürlich, auch wenn die Box ist, diese Figur, die ist mega umgesetzt worden. Und auch das Gastron-Comic ist großartig. Und ein paar der Filme, ja, muss ich mal wieder gucken. Ansonsten teilen, liken, abonnieren und mir, ja, kommentieren. Sprechen, lasst uns talken über diese großartigen Sachen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. 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 Mach's gut, bis zum nächsten Mal.